Ich habe mal behauptet, dass es beim Wandern möglich sei, herauszufinden, in welche Richtung mehr Leute gehen. Falls ihr das Video noch nicht kennt oder es einfach normal sehen wollt, ich verlinke es dort oben in der Infokarte. Wenn man mal so ein bisschen darüber nachdenkt, stößt man recht früh auf folgendes Problem. Egal wo wir letztendlich lang wandern, von den Gruppen, die in dieselbe Richtung laufen wie wir, kriegen wir in der Regel so gut wie gar nichts mit. Da sind natürlich die Gruppen, die uns dann entgegenkommen, das genaue Gegenteil, weil die müssten wir dann einfach nur zählen und könnten dementsprechend dann die Anzahl von denen kennen. Und da stehen wir jetzt eben nämlich vor dem Problem, wie sollen wir die Anzahl der Leute herausfinden, die in dieselbe Richtung wandern wie wir? Und die Antwort dazu ist, wir tun es erst gar nicht. Es gibt eine andere Möglichkeit. Was wir ja prinzipiell einfach machen würden, wenn wir beide Anzahlen kennen würden, ist, diese miteinander zu vergleichen. In diesem Fall wäre es ganz einfach, wir würden einfach schauen, welche von beiden ist größer. Aber natürlich können wir auch ganz andere Sachen miteinander vergleichen, was wir dann eben auch tun werden. Wir brauchen nämlich etwas, was wir sowohl bei den einen Gruppen als auch bei den anderen Gruppen gleichermaßen vergleichen können. Und was mir dazu eben eingefallen ist, ist die Sichtbarkeit zu anderen Gruppen. Denn je mehr Gruppen ja in eine Richtung wandern, desto wahrscheinlicher ist es am Ende auch, dass man dementsprechend die Gruppen sieht. Das Ganze sähe dann in der Praxis folgendermaßen aus. Natürlich müssen wir diese Daten gleichermaßen für uns selbst sammeln, aber genauso für die uns entgegenkommenden Gruppen. Und ich fange jetzt eben erstmal mit letzteren an. Hier ist es jetzt ganz banal. Und zwar jedes Mal, wenn eine entgegenkommende Gruppe an uns vorbeiläuft, schauen wir uns um und schauen, ob diese Gruppe noch eine andere Gruppe sieht, die in dieselbe Richtung läuft wie sie. Heißt jetzt beispielsweise, wenn wir am Berg hinunter wandern und diese Gruppe an uns vorbeiläuft, die ihr natürlich dementsprechend raufwandert, schauen wir uns um und schauen, ob wir eine andere Gruppe sehen, die genauso hinaufwandert. Und dementsprechend, ob wir eine sehen oder ob wir keine sehen, tragen wir das einfach in eine Strichliste ein. Und ob man sich jetzt die Mühe macht, sich das irgendwo zu notieren oder sich das Ganze einfach merkt, läuft natürlich auf dasselbe hinaus. Aber am Ende erhalten wir auf jeden Fall so eine Strichliste, wo eben statistisch die Verteilung von solchen Sichtungen dargestellt ist. Jetzt müssen wir natürlich noch genau dasselbe für uns selbst machen und den Gruppen, die in dieselbe Richtung wandern wie wir. Das Ganze könnten wir natürlich genauso stichprobenartig machen. Wir müssen allerdings dafür sorgen, dass es unabhängig von unserer eigenen Wahl der Zeitpunkte ist. Das heißt, dass wir uns nicht spontan einfach überlegen, jetzt scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, weil da oben ist jetzt eine Gruppe, dann schaue ich mal und oh, da ist ja eine Gruppe. Sondern man sollte sich vorher am besten festlegen, wann man sich umschauen will. Und das kriegt man in der Praxis eigentlich ganz gut hin, indem man sich ein Handy-Timer stellt, beispielsweise auf 10 Minuten. Und immer wenn der Alarm schlägt, schaut man sich um. So das Ganze für uns auch stichprobenartig zu machen, würde ich jetzt nicht empfehlen, weil es dann eben schon eine zweite Stichprobe wäre, wodurch das Ergebnis dann noch weiter verfälscht werden könnte. Wir in unserer Position haben ja den Vorteil, dass wir uns theoretisch durchgängig umschauen könnten. Dadurch können wir dann eben die Gesamtzeit messen, wo wir andere Gruppen gesehen haben. Das hat zur Folge, dass die Tabelle, die wir am Ende rausbekommen wollen, keine Strichliste ist, sondern eine Tabelle mit zwei Zeitangaben. Die dementsprechend natürlich angeben, wie lange wir Gruppen gesehen haben und keine Gruppen gesehen haben. Wie man das jetzt praktisch umsetzen könnte, ist auch, indem man sich einfach das Handy nimmt und jedes Mal die Stoppuhr anmacht, wenn man eine andere Gruppe sieht. Und natürlich ausmacht, wenn sie wieder weg ist. Zusätzlich schaut man einfach am Anfang, wann ist man losgegangen, wann ist man angekommen und zieht von dieser Gesamtzeit, die man sich natürlich ausrechnen kann, einfach die Zeit der Sichtungen ab. Und das finde ich am Ende sogar einfacher, weil man neben dem Umschauen einfach nur die Stoppuhr an- und ausmachen muss. Ohne dabei sich eigentlich regelmäßig die Zeit anzuschauen. Wenn wir das Ganze dann gemacht hätten, würden wir am Ende zwei Tabellen herausbekommen, die beispielsweise so aussehen. Mit diesen beiden Tabellen können wir die jeweilige statistische Wahrscheinlichkeit berechnen, dass man eine andere Gruppe gesehen hat. Und anhand von diesen beiden Werten können wir jetzt sagen, in welche Richtung wahrscheinlich mehr Leute gehen. Hier ist es jetzt so, dass bei der ersten Tabelle eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit herauskommt und bei der zweiten Tabelle eine 34-prozentige Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn wir eben beispielsweise einen Berg runter wandern, ist es bei dem Modell wahrscheinlicher, dass mehr Leute raufwandern. Man könnte das Modell aber jetzt auch noch erweitern, wo man dann eine Sache auch noch mit berücksichtigt. Und zwar kann es natürlich sein, dass wenn man sich gerade umschaut und eine Gruppe gesichtet hat, dass man gleich zwei oder drei Gruppen sichtet. Und das kann man dann natürlich auch noch mit in die Berechnung einfließen lassen. Diese Erweiterung lohnt sich natürlich auf jeden Fall, wenn die ganze Strecke gut bewandert ist. Und jetzt zum Schluss die Frage an euch, was haltet ihr von dem Modell und ist es auch simpel genug, dass man es wirklich in der Praxis benutzen kann und würdet ihr es auch benutzen? Falls ihr das Ganze nice fandet, könnt ihr natürlich gerne das Video liken und genauso meinen Kanal abonnieren. Es würde mich wirklich sehr unterstützen. Und falls ihr selbst irgendwie Probleme in Mathe habt oder jemanden kennt, der Hilfe in Mathe gebrauchen könnte, dann schaut auch gerne bei meiner Website vorbei, dort biete ich Nachhilfe an und ihr könnt auch kostenlos eine Probestunde buchen.